Herzlich willkommen zu Tag 15 der Fertorial Challenge und heute wieder mit einem Workout, also direkt in die Sportklamotten schmeißen und ich habe mir wieder so ein paar kleine Variationen überlegt, damit das Ganze auch spannend bleibt für euch und für eure Muskeln. Dann würde ich direkt sagen, du zeigst mir einfach mal, was die Variationen so sind. Normalerweise? Genau, du zeigst immer die Ursprungsvariante. Kniebeuge. Was machen wir stattdessen? So viel anders ist es heute gar nicht. Wir machen eine Kniebeuge und danach ein Lunge. Kniebeuge, anderes Bein, Lunge. Okay, warte mal. Kniebeuge und dann ein Lunge. Genau. Wichtig im Lunge, mach mal gerade einen Ausfallschritt. Moment. Kannst du dich so stellen, dass die Leute dich schön im Profil sehen können? Nee, dann sehen die ja, dass ich falsch mache. Pass auf dein Handy auf. Kniebeuge, aufs Handy treten und runter. Und so bleibst du jetzt kurz. Ja. Genau. Und wichtig ist, rechter Winkel, rechter Winkel am tiefsten Punkt. Also keinen Spitzenwinkel. Genau. Und, hey, hat die Trainerin gesagt, dass du lösen darfst? So lange kann ich nicht stehen. Dann lernst du es jetzt. Ferse hinten gelöst, auch super wichtig. Und darauf achten, dass die Zehen alle in eine Richtung zeigen, sowohl die vorderen als auch die hinteren, für die optimale Gelenkausrichtung. Wenn du nicht ganz so tief kommst, ist auch in Ordnung. Halber Weg ist immer eine Option. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, boah, ich habe voll die Knieprobleme, aus welchen Gründen auch immer. Nein. Dann ist eine Alternative. Du machst einen Squat und immer, wenn wir dann in den Lunge gehen, machst du noch einen Squat und hältst so lange unten, dass wir auch wieder lösen. Ich habe für alles eine Variante. Shit, oder? Ja, gemein. Zweite Übung wäre ja normalerweise Liegestütz. Genau. Und wir bleiben auch bei Liegestütz. Wir verändern einfach nur das Tempo. Ah, okay. Ja. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen zwei Single Push-Ups und dann dreimal pulsieren unten. Zwei Singles und dreimal pulsieren. Ich zeige mal, wie das bei mir aussähe. Wie das bei dir aussähe, genau. Zwei normale. Und dann? Drei, zwei, eins und hoch. Genau. Weil dann müssen wir unten die Spannung ein bisschen halten. Der Muskel muss die Spannung halten. Und das ist einfach eine höhere Intensität, das ist eine kleine Herausforderung. Das wird sportlich. Ja. So. Normalerweise das. Genau. Und heute habe ich mir überlegt, wir machen einen sogenannten Pointer. Du kommst in einen Vierfüßlerstand, das heißt Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüfte. Und dann geradewegs nach vorne, raus in die Diagonale, wieder nach vorne, Diagonale. Ja, und das machen wir so lange, bis wir hören, Halbzeit. Und dann wechseln wir die Seite. Boah, okay. Ja. Und das Schöne ist, wir berühren ja in dem Moment nur an zwei Punkten den Boden, nämlich mit dem Knie und mit der Hand. Das ist super schön. Das heißt, die Körpermitte muss arbeiten, um das zu halten, um das auszubalancieren. Okay. Genau. Und wir trainieren schön die Körperrückseite. So, normalerweise Plank. Ja. Stattdessen heute. Und stattdessen auch gar nicht so anders. Wir machen auch eine Plank. Und dann gehen Arm und Bein diagonal zur Seite raus. Ja. Wichtig ist, Körpermitte super feste machen, damit das Becken möglichst stabil bleibt und nicht die ganze Zeit von einer Seite auf die andere aufrollt. Und wenn du merkst, du gibst nach oder das ist dir von Anfang an zu intensiv, ich höre schon das Stillen neben mir, macht es auf den Knien. Geht genauso. Okay. Ich bin motiviert. Ich ziehe durch. Sehr gut. So, normalerweise. Jawohl. Wollen wir mal gucken. Heute ein bisschen mehr für die Taille. Wir malen so Halbkreise von einer Seite auf die andere. Okay. Ja, und du gehst immer nur so weit, breite die Arme dann ruhig aus. Und du gehst aber nur so weit mit den Beinen, wie deine Schultern noch komplett am Boden bleiben können. Okay. Ja, die Arbeit soll wirklich hier aus der Körperseite kommen. Ich bin total motiviert. Ready? Oder ich will es einfach nur hinter mir haben. Eins von beiden, such dir was aus. Egal. So, Leute. Hoch motiviert. Du bist unser Motivator. Ja, ist so. Ihr seid bereit, wir sind bereit. Es geht los. Es geht los. Get ready for the tutorial fight. Squats in 3, 2, 1, go. Also ein Squat. Und dann, egal welches Bein zurück in den Lunch, wieder in den Squat und anderes Bein zurück. Denk auch hier nochmal dran, dass du die Körpermitte schön fest machst. Jedes Mal, wenn du sinkst. Denk an die rechten Winkel. An die gelöste Ferse hinten. Und das Schöne ist, die Bauchspannung, die hilft dir auch mit der Balance. Ja, weil das hier ist ein bisschen dynamischer im Vergleich zu den statischen Squats normalerweise. Das heißt, das wird dir helfen, das wirst du brauchen. und dann nicht so weiter. Und jetzt sind die Ellenbauer. Und dann, wenn du hier bist. Und dann, wenn du dich gut machst. 3, 2, 1, go. 1, go. In deinem eigenen Tempo, Single, Single und dann der Triple-Und. Auch hier, Bauch fest, das heißt Bauchnabel Richtung Wirbelsäule saugen, stich schön hoch aus deinen Handflächen, fühlst du die Herausforderung, gut, ein Gehauchtes, okay, der Pointer, vier Füße anstatt, einfach nur nach vorne oder diagonal? Erst nach vorne, dann diagonal, vor und diagonal und dann wieder zurück und gleicher Arm, gleiches Bein. Währenddessen pusch dich mit der unteren Hand und dem unteren Knie wirklich weg vom Boden, saug den Bauchnabel ein. Wechsel und geh auch hier nur so weit, wie du die Schultern und beide Hüftknochen parallel zum Boden halten kannst. Der Blick geht auch vor dich auf den Boden, ist wieder mal angenehmer für den Nacken. 3, 2, 1, prepare for plank. Plank mit Diagonale. Mit Diagonale. Alles klar. 3, 2, 1, go. Aussetzen und zurück. Und wähl auch hier das Tempo, sodass du wirklich kontrolliert arbeiten kannst. Spannung in den Bauch. Mauer den Po fest. Push in deine Fersen. Und Atmung fließen lassen. Stöhnen, kreuchen, alles erlaubt. Hauptsache du atmest. 3, 2, 1, go. Halbkreise. Halbkreise, genau. Arme ausbreiten. 3, 2, 1, go. Und dann startest du zu einer Seite. Und langsam auf die andere Seite pendeln. Nochmal checken. Beide Schulterblätter haben durchgehend festen Kontakt zum Boden. Saug auch hier den Bauchnabel ein. Spül den unteren Rücken nah an deiner Matte. Und wenn du noch ein bisschen mehr magst, kannst du immer hochgreifen zu deinem inneren Fuß. Du musst die Taille noch ein bisschen mehr arbeiten. Das war schon wieder geschafft. Schon wieder geschafft. Da können wir ja eigentlich noch eins machen. Da kommen wir noch zu. Denn irgendwann kann man natürlich die Intensität der Trainings auch dahingehend einfach erweitern. Indem man nach einem Fertorial Pfeif kurz einmal durchschnauft. Und dann macht man noch eins. Aber für heute sollte das erst mal gewesen sein. Genau. Ein bisschen neuer Input, ein bisschen neuer Reiz. Dann bis morgen. Ciao.